Boah, ist das heute grausig draußen. Und weil wir bei so einem Wetter auf keinen Fall rausgehen wollen, habe ich ein paar Ideen, was wir drinnen spielen können. Und das Beste ist, dabei trainieren wir auch gleich die Koordination. Wenn der Nebel in den Tellern hängt und der Wind uns graue Wolken bringt Es stürmisch wird auf allen Wiesen Dann müssen die Ideen fließen Trainieren kann man wirklich immer Bei diesem Wetter halt im Zimmer November Blues, November Blues Du kannst uns nichts tun Wir wissen, wie wir uns bewegen Und uns danach ausruhen November Blues, November Blues Wir wissen, wie wir uns bewegen So, jetzt beginnen wir mit unserer ersten Übung. Stell dich auf dein linkes Bein Und führe den rechten Zeigefinger zur Nase Jetzt wechselt das Bein Und den Zeigefinger Das klappt ja schon super Wenn der Regen dicke Tropfen schickt Und die Sonne nicht vom Himmel blickt Wenn es dunkel bleibt In allen Straßen Können wir uns was einfallen lassen Trinieren kann man wirklich immer Bei diesem Wetter halt im Zimmer November Blues, November Blues Du kannst uns nichts tun Wir wissen, wie wir uns bewegen Und uns danach ausruhen November Blues, November Blues Wir wissen, wie wir uns bewegen Und uns danach ausruhen So, und für die nächste Übung Sammelst du alle Socken ein, die du finden kannst Dann wirfst du sie total zerstreut auf den Boden Jetzt springst du von einer Socke auf die andere Und wechselst bei jedem Sprung das Bein Schau mal, ob du das Gleichgewicht halten kannst Komm, das machen wir jetzt so lange Bis das Lied zu Ende ist Trinieren kann man wirklich immer Bei diesem Wetter halt im Zimmer November Blues, November Blues Du kannst uns nichts tun Wir wissen, wie wir uns bewegen Und uns danach ausruhen November Blues, November Blues Wir wissen, wie wir uns bewegen Und uns danach ausruhen